Hallo, liebe Ballermänner! Liebe Ballerfrauen, liebe angeballerten Männer und liebe Frauen mit Ballermännern! Wir begrüßen euch zum Grand Prix de la Champs-Somme, de la Eurovision, de la Ballermont! Das Medienspektakel des Jahres überhaupt! Aber zuerst möchten wir Sie begrüßen, unsere drei reizenden Assistentinnen, Boreen, Simone und Corinne! Und Sie werden jetzt Stimmzettel verteilen, denn Ihr alle, die Ihr hier unten im Schweiß Eures Angesicht sitzt! Ihr seid heute der Pet! Und Ihr sollt Eurem Kandidaten Eure Stimme geben! Einmalig im deutschen Karneval das Publikum bestimmt, wer der Meister wird! Bitte beachten Sie sehr gut, welches Land für welchen Titel steht! Dicht erwischen Loser An der Liebescheid der ganzen Jahr das Singen Da mit mir sogar auf unsere Leere kommen Schön ist es, auf der Welt zu scheinen Aber, liebe Freunde von Ballermann, auf der nächste Interpret greift das im Deutschen Schlager oft besummene Thema der Biene erneut auf und zwar mit einer ökologischen Sensibilität, die ihresgleichen sucht Ein junger Künstler wird jetzt kommen Er ist sehr aufgeregt, sein Manko, er kommt des Öfferen aus dem Takt Und deshalb haben wir gedacht, dass das ölser Publikum diesem jungen Künstler eine Chance gibt und den Takt einmal versucht mitzukratschen Mein Kollege wird es jetzt mal probieren, Achtung Bapp, 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 bapp Alles klar, alles klar? Dann macht euch bereit Hier ist der Spatz vom Wenzelsplatz Platz für Tschechien startet der junge Karel Gott. In einem unbekannten Land, vor gar nicht allzu langer Zeit, einen wie sehr bekannt, von der sprach alles feilig und reich. Und diese Lieder in Meilen sind Meier, kleine Breche, Staube, Dine Meier, Meier, fliegt die Kirche, sei uns das, was ihr gefällt, wir treffen heute unsere Treue, Dine Meier, diese kleine Breche, Dine Meier, Meier, alle lieben Meier, 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 Meier erzähl uns von mir. Meier, 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 me aus dem schönen Znipr-Bitrovsk. Und unter der Hand, unter der Hand, liebes Publikum, wird dieses auch schon als Geheimtipp behandelt. Einen herzlichen Applaus für Russland, für die kleine und liebe Einzelte Nicole! Mein Mädchen kann wunderlose Reise aus Nordrheinlander Haus, da könnte erst ein fröhliches Brügel verschenken wir uns aus. Meine kleine Balladella-Lanaleiger hat einen Kreis und einen Kopf. Ein paar Wirbel und ein paar verschiedene Seiten hat meine Balladella-Lanaleiger auf. Wenn ich zärtlich daran zupfe, macht sie leise Binding. Und so blau reif wird meine Balladellaika, mit meiner kleinen Balladella-Lanaleika, mit meiner kleinen Balladellaika stundenlang. ja, aber so eine Balladella-Lanaleika, die Kosta viel galt. Apropos Kosta, meine Damen, especially for you! Der nächste Sänger, ein gestandener Schlager-Marte, ein Ruhrgestein des Schlagers-Schlechten. Ladies and Gentlemen, einen warmen Applaus für Kosta Cordalis! Kosta Cordalis! Kosta Cordalis! Kosta Cordalis! Kosta Cordalis! Ami bigwide! kOGEN bergänglich! Ami biga! Kosta Cordalis! Dного Feliz! Kah Bridge! dienah ist nicht mehr rei' keine Stimme rei', Jaffi! Halt diesesincome! Ami midge! Hey! Anitta, Anitta, Anitta! Ein Rasseweib, ein Rasseweib ist Anitta, eine Mischung aus Pamela Anderson und Mutterflotter. Aber auch das nächste Lied, liebe Freunde, hat es in sich sozusagen ein Feuerwehr, eine gute Laude und hier seid ihr alle aufgefordert, euren Beitrag zu leisten und an der passenden Stelle mit zu singen. Den Text haben wir euch aufgeschrieben und wollen ihn vorher kurz probieren. Oh nein! Achtung, ihr seid dran, vorhanden sich! Lässt sich das merken, lässt sich das merken! Eins, zwei, drei! Das war schon sehr gut, nochmal! Eins, zwei, drei! Wunderbar! Jetzt bin ich etwas kürzer! Achtung! Ole! Achtung! Ole! Wunderbar! O! Ja! Jetzt haben wir es bei euch! Sechern wir das! Und jetzt der Spanische Beitrag aus dem Spanischen Spanien, getextet von einem Spanischen Texter und komponiert von einem Spanischen Komponisten, gesungen von der Spanischen Cindy und Bert aus Neuwies. Gäste! 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 Wir sind, wo die runden Freunde sind … Die ewig neilig schau'n … einmal noch das eigene Glück Und seine Zukunft auch Die Sonne schön erscheint … Für ein Liebespfad ist alles anders als das Freude. Wenn wir uns in der Hölle wie ein, ist für uns unser Sonnach der Liebe. Wenn wir uns in der Hölle wie ein, ist es für uns in der Hölle wie ein. Jedes Glück gibt es sich in den Händen. Sehr gutes Publikum, sehr gutes, ihr seid spitze. Von Spanien schlagen wir jetzt. Wochentage in der richtigen Reihenfolge hintereinander aufsagen konnte. Und jetzt macht sie voll auf Liebe für Israel, statt die läufige Dahlia, auf Israelisch Dahlia Lavi. Montag, Dienstag, Mittwoch, Haustag, Freitag, Samstag, Sonntag, jeden Tag. Wer geht mit Sie? Bei Montag, Dienstag, Mittwoch, Haustag, Freitag, Samstag, Sonntag, drei, 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 drei. Und jetzt macht sie voll auf den Händen. Von handlingoro und manipulieren. Vonardon Mix周 Von Konami – vom 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 Konami. Ich würde sagen, meistens zu früh. Aber das war ja wohl das Letzte. Und zwar das Allerletzte. Und deshalb seid ihr jetzt gefordert, euren favoritisierten Kandidaten eure Stimme zu geben. Und unsere bezauberten Assistentinnen, Doreen, Simone und Corinne. An dieser Stelle vielleicht mal einen Beifall für die Damen. Sie werden die Stimmzelle einsammeln. Und ich möchte euch, da in mir wird sich ein bisschen wieder ausgezogen, eine lang. Gebt gerne und gebt reich nicht. Ja. Ja! Und hier hat man ja auch nichts mehr gehört, Dieter! Wo hast du denn so lange gesteckt, Dieter? Ja, in La Rona! Ja, Dieter war in Italien. Ja, schön warm, doch nicht warm und feucht. Noch mal einen ganz herzlichen Applaus für die Jungs von Molle und Teuking! Und nun wird es spannend, nun wird es ganz spannend, das ist er, der geheimnisvolle Zettel, gerade eben frisch vom Computer ausgesprochen. Und hier steht der Name des Gewinners. Und ich bitte meine Kollegen Boche, Boche, verlese den Namen des Siegers. Ich grüße die angeschlossenen Sender in Iran, in Spanien, in Israel. Der Winner ist... 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017